Ja Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Erbivaro 9 und irgendwie habe ich immer so ein paar Wörter, die ich halb verschlucke oder undeutlich ausspreche. Beim letzten Mal ist mir das auch passiert und zwar mit dem Wort Jahresrückblick. Ich weiß nicht, das ist manchmal so im Sprachfluss ein bisschen schwierig, vor allem um die Uhrzeit. Ich muss ja immer so spät noch das alles nachkommentieren und ja, da ist es auch manchmal anstrengend, vor allem in dieser Intensität zu reden. Ich muss ja echt ohne Punkt und Komma das hintereinander wegmachen. Das ist auch nochmal ein Unterschied zu der Art und Weise, wie ich ja sonst aufnehme, dass ich dann natürlich entspannter reden kann und mehrere Takes machen und alle paar Sekunden mache ich eh Pause, weißt du. Da hast du ja eigentlich eine ganz andere Situation und kannst auch, wenn du viel, viel müder bist, noch mehr erreichen und aufnehmen und kommentieren als hier, wo du wirklich komplett dabei sein musst die ganze Zeit. Und ja, dabei musste ich auch sein, in der Mine natürlich konzentriert, damit ich mich nicht die ganze Zeit verlaufe, denn die Gefahr besteht definitiv. Erwie ist das auch ständig passiert und es ist halt auch verwirrend, gell? Deswegen habe ich dann angefangen, ein paar Gänge zu versperren und ja, inzwischen finden wir schon ganz gut wieder Zeug. Aber Erwie hat schon gesagt, weißt du, wir finden wirklich alles. Auch gleich werdet ihr noch was anderes Interessantes sehen. Letzte Folge hatten wir schon das Dungeon zum Beispiel und der Mannschaft sowieso immer ziemlich nice. Aber was wir nicht finden, sind wirklich Dias nach wie vor. Und ja, da macht sich halt, wie ich schon erwähnt habe in der letzten Folge, durchaus Demotivation breit. Werde ich heute wahrscheinlich auch in den Titel schreiben. Eigentlich habe ich das beim letzten Mal vorgehabt, nur da hat es nicht mal reingepasst. Deswegen machen wir es heute einfach nochmal zum Thema. Da weiß ich schon zumindest nachher beim Schneiden, was ich in den Titel schreibe, das ist immer ganz angenehm, wenn ich das ungefähr im Kopf habe, denn mir dann nochmal irgendwas anderes Neues auszudenken, boah, das nervt. Oder dann ewig das Video hin und her zu skippen, oh, was kannst du hier noch rausnehmen für einen Titel? Alter, das ist immer so ein Struggle, ne? Aber naja, bald habe ich das endlich auch nicht mehr, wenn ich nicht mehr jeden Tag sechs Folgen oder vier Folgen nachkommentieren muss, sondern es hoffentlich mal bei zwei Folgen pro Tag bleibt, ja. Weißt du, ganz ehrlich, das regt mich langsam auf. Normalerweise wäre ich nämlich heute schon um halb neun, nee, wann war das, halb zehn fertig gewesen. So, dann mussten wir aber nochmal joinen auf den Server, weißt du, hin und her. Und dann habe ich erstmal prokrastiniert, weil ich mir auch dachte, boah, nee, jetzt habe ich keinen Bock noch die letzten zwei Folgen direkt fertig aufzunehmen. Und ich wollte eigentlich direkt den Jahresrückblick machen, habe ich dann aber auch erst später gemacht, habe ich ja letzte Folge schon erklärt. Und man ist immer so vollkommen, man muss immer noch was machen und noch was, ich komme überhaupt nicht mehr zu Tiny CA, das stört mich komplett. Ich möchte endlich mal wieder mehr Tiny CA aufnehmen und spielen können. Ich habe das ja auch vor ein paar Folgen wieder angesprochen und wer weiß, ob ich heute noch dazu komme. Aber gut, ich werde mir nachher den Platz noch schaffen, dass ich da mir ein Zeitfenster frei halte. Denn irgendwann muss es ja mal gehen, es kann ja nicht sein, dass es immer ausfällt. Und deswegen in dem Sinne probiere ich dann mein Bestes. Ansonsten hoffe ich, dass ich morgen es vielleicht auch mal hinkriege, noch ein paar andere Videos fertigzustellen. Da gibt es noch einige, bei denen ich was vorhatte in die Richtung. Aber keine Ahnung, vor allem gestreamt habe ich auch schon wieder so lange nicht. Es bleibt so viel auf der Strecke und viel ist echt wegen Tiny, nee, Erbiwaro. Also gestern auch, da hätte ich doch theoretisch schon mir vorgestellt, League of Legends aufzunehmen ansonsten. Oder Tiny CA 11, habe ich neulich ja auch genauso angesprochen. Das sind eben immer diese Beispiele, jeden Tag muss man auf so viel verzichten. Erbi, nee, Tiny Aura habe ich auch schon vor, eine ganze Weile eine Aufnahme fertigzustellen. Denn da hatte ich noch einen Schnipsel aus der letzten Folge und das wollte ich jetzt verbinden. Da wollte ich den Rest der neuen Folge noch aufnehmen. Habe ich ja neulich auch erklärt, wie ich das immer mache mit den Aufnahmedaten und warum ich dann eher zu bestimmten Taktiken greife, könnt ihr mal in einer der letzten Folgen nachschauen, wenn euch das Thema interessiert. Ja, und das möchte ich da halt auch machen, Infinity genauso. Und streamen will ich das eigentlich vorher, damit ich es vorbereitet habe, weißt du. Also, es sind alles so Geschichten, keine Ahnung, wann ich das schaffe. Im neuen Jahr geht es ja weiter mit Erbiwaro, es ist ja nicht so, dass es jetzt vorbei ist. Auf der anderen Seite macht es aber auch Spaß irgendwie. Also, ich möchte jetzt ja nicht das abbrechen, weißt du. Das ist ja auch das Ding nur. Es wäre eben wirklich viel, viel angenehmer, wenn man nur eine Folge pro Tag aufnehmen müsste, ohne Witz. Oder wenigstens alle zwei Tage nur zwei Folgen oder irgendwas. Aber diese Intensität und dass man dann trotzdem am Anfang noch diese drei zusätzlichen Folgen zum Vorproduzieren hat, ich weiß nicht, also das ist doch viel zu viel. Ja, da muss man sich doch irgendwas anderes einfallen lassen. Oder man macht die Folgen nur zehn Minuten lang. Das ging ja theoretisch auch. Ja, dass man sagt, zwei Folgen pro Tag, aber nur zehn Minuten. Warum eigentlich nicht? Wäre doch sinnvoll. Da könnte ich auch hier beide Dinger immer in eine Folge packen oder so. Zumindest wenn sich es lohnt und wenn genug zusammenkommt an Material. Zum Beispiel in der letzten Staffel hätte sich das ja nicht gelohnt, aber dieses Mal definitiv. Ja, aber das ist so zeitfressend und das ist eigentlich schade, weil das Projekt ja nicht schlecht ist. Ich habe ja schon Bock drauf, auch hier voranzukommen und Taktiken zu entwickeln, wie man farmt. Vor allem, wenn wir jetzt hier immer mehr finden, ich hoffe, dass wir was finden und ich brauche mal wieder Essen, by the way, etc. Also ja, aber Gold hier zum Beispiel, das ist schon immer nicht schlecht. Wir nehmen ja alles mit. Also ich sage auch eher, wie immer, wenn er demotiviert ist, von wegen Diamanten finden wir nicht, etc. Das wird doch froh sein sollen. Wir finden jetzt Eisen, wir können dies mitnehmen, Gold, jenes. Er sagt immer, naja, das bringt uns alles nichts, wenn wir keine Dias haben, aber man muss da anders rangehen. Man muss auch sehen, naja, wir haben doch jetzt schon mal die Zeit, weißt du, in der wir keine Dias finden. Die können wir nutzen, um das andere zu farmen. Denn was bringt es uns, wenn wir am Ende die Dias haben, weil wir uns vollkommen darauf konzentriert haben und auf irgendeinem anderen Weg durch Strip-Mining halt das gefunden haben. Aber dann haben wir das ganze andere Zeug noch nicht gefarmt und müssen das immer noch holen. Ja, das ist ja auch blöd, finde ich. Und deswegen sollten wir jetzt das einfach so rummachen, auch wenn es nicht die logische Reihenfolge ist oder die instinktive Reihenfolge. Ja, erstmal sagt man ja, okay, Rüstung muss an erster Stelle stehen und dann der Rest. Aber ich finde, ja, man muss ja jetzt das Beste draus machen. Und man muss auch mal so ein bisschen zufrieden sein mit dem, was man hat natürlich. An gewissen Stellen ist es schon angebracht, nicht immer natürlich. Ja, manchmal ist es immer besser, mehr zu verlangen. Ja, vor allem sein eigenes Recht auch einzuklagen, sage ich mal. Das, was einem zusteht oder einzufordern und nicht den anderen zu überlassen, die das eigentlich unrechtmäßig zum Beispiel ausnutzen. Oder wie auch immer, wenn man jetzt in einer Art Konkurrenzrituation steht oder im Leben in verschiedenen Bereichen. Ja, aber ja, hier geht es schon auch mal darum, jetzt einfach die Items zum Beispiel anzunehmen und zu sagen, okay, ich bin zufrieden einigermaßen mit dem Zeug und den Rest, das ergibt sich schon. Ja, also mal sehen, wie es weitergeht. In dem Sinne wollte ich nur mal ein bisschen uns Mut machen und ja, ich hoffe, dass es Früchte tragen wird und wir tatsächlich an eine fertige Rüstung kommen etc. Gut, dann jetzt aber Tschüss. Gut, dann geht's.